so oder heute ist heute mal früh am start so ja dann suchen wir noch eins und dann schauen wir mal der wachow war nicht vorne da war ja nur eingewechselt ok weiter letzte schein hier auf die hand und counter auf 0 ich habe so viele raubis ich blick nicht mehr durch erst mal speichern ok was war der lemmy lemm zwerg ist ja auch da hey sorry dich habe ich nicht gesehen du wirst mir nicht als online angezeigt twitch halt mal wieder der moment wenn man zocken will aber zu faul ist um aufzustehen ja deswegen muss man seinen ts immer mit ins battle nehmen was was denn shiny pepeg wtf ich wollte gerade einen raubi suchen leute es ist gerade shiny raubi getroppt was ist denn hier los wtf ich sag eben noch ich muss mal shiny pepeg handen da ist es oh mein gott shiny hype danke für den follow lol wie gut ist das denn bitte ach du scheiße oh mein gott ich sag noch ich könnte mal shiny pepeg handen bumm shiny hype leute Einfach so, ich warte gerade Shiny Raubi handen, in die Wiese gehen Zack, Peppek, Shiny, easy Was ist hier los? Oh mein Gott, oh mein Gott Wie geil ist das denn? Meisterball drauf, hilft da alles nix Alter Falter Oh mein Gott, oh mein Gott Scheiße, ich hab keinen Ball Hm Shiny Haub Wie gut war das denn gerade? Klack Daumen hoch dafür, einfach nur Daumen hoch Tja, ein Peppek weniger, was ich suchen muss, ne? Nice Aberdeök Das wenn man bei der yeah Also das noch mehr Wenn du die Da ifice